Hallo! Moment, also das war, hätten wir überhaupt nur ein Strom im Wasserglas. Ich weiß, da geht viel mehr! Hallo! Fangfeuer! Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Ich möchte das Ziel vorstellen, dass heute zuständig ist hier am Zielkanal in der guten Stube Frankfurts auf dem Römerberg. Da haben wir einmal seit vielen, vielen Jahren schon dabei mit unserem DJ, mein Karl-Hein-Rein-Vonationskollege Jürgen Raspa. Applaus bitte, aber es ist so wichtig. Eine gute Musik, wenn ein Applaus geht, genau.